In der letzten Folge Penn & Teller Fool Us trat sie auf. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich auch schon über Instagram, vor allem aus der Cardistry-Szene. Anna de Guzman. Sie ließ Allison völlig frei an den Geburtstag einer ihr bekannten Person denken. Sie ließ Penn eine Karte auswählen und nach einer tollen Cardistry-Einlage befand sich in Tellers Deck, das er die ganze Zeit in seinem Sakko hatte. Genau an der von Allison genannten Zahl, genau an der Stelle die von Penn ausgewählte Karte. Ich werde definitiv nicht diese Methode hier erklären, aber ich kann sehr gerne, wenn ihr möchtet, über eine andere Methode mit euch sprechen, wie ihr einen ähnlichen Effekt erzielen könnt. Eine wirklich wunderschöne Variante von Any Card at Any Number. Unter diesem Video möchte ich mit euch über diesen Effekt sprechen und ich möchte euch erklären, wie ihr auch diesen Effekt bewerkstelligen könnt, aber ich erkläre euch eine andere Methode. Der Grund ist ganz einfach, Anna hat eine Methode benutzt, die ist in meinen Augen zu mächtig, als dass ich darüber jetzt hier offen in einem YouTube-Video sprechen möchte. Das, was Anna da gemacht hat, das benutze ich auch sehr, sehr viel in meinen Shows, Close-Up, wie auch auf der Bühne, aber es ist definitiv nur etwas für die erfahreneren Magier von euch. Für die, die sich wirklich hinsetzen und Monate und Jahre lang etwas üben und diese Leidenschaft wirklich lange verfolgen. Für Leute, die nun mal ebenso im Internet ein, zwei Kartentricks lernen möchten, ist das definitiv nichts und deshalb fände ich es verantwortungslos von mir, offen darüber zu sprechen. Es ist ein Geheimtipp für Zauberer und es sollte auch definitiv ein Geheimtipp bleiben und das müsst ihr bitte respektieren. Auf meinem Forum auf MrTricksXL.com haben die erfahrenen Altenhasen von euch aber auch schon oft genug darüber gesprochen. Also wenn ihr da beitreten möchtet, verlinke ich euch unten das Forum in der Videobeschreibung. So gehe ich sicher, dass auch nur Zauberer, die es wirklich ernst meinen, an diese Informationen kommen. Mir ist es wirklich wichtig, ich möchte das unterscheiden. Auf meinem Kanal findet ihr nicht Videos, wo ich einfach die Shows anderer Magier enthülle. Einfach nur, um sie zu enthüllen. Das war nie mein Kanalkonzept und da möchte ich auch niemals hin. Ich möchte nicht einfach die Show von jemandem nehmen und sie aufschlüsseln. Ich möchte euch Zauberei näher bringen, euch den Einstieg in die Magie vereinfachen. Und wenn ich euch Magie damit schmackhaft machen konnte und euch die Basics beibringen konnte, um dann wirklich tief einzusteigen und ein wirklicher Zauberer zu werden, da reichen meine YouTube-Videos nicht und da reichen keine Videos von irgendwem. Da gibt es nur einen einzigen Weg. Ihr holt euch Bücher, ihr holt euch DVDs und ihr beschäftigt euch ganz ausgiebig damit. Und für alle, die das interessiert, in der Infokarte da oben habe ich euch ein Video gemacht, wo ich eine ganz genaue Anleitung dafür euch zusammengestellt habe, wie ihr den Weg vom blutigen Anfänger zum professionellen Magier, der davon lebt und seine Miete davon zahlen kann, zumindest was den Magie-Skill-Level angeht, lernen könnt. Genug Vorwort, ich möchte euch jetzt erstmal vorführen, wie dieser Effekt aussehen kann und dann erkläre ich euch Schritt für Schritt eine von mir überlegte, einfachere Methode. Ihr werdet denselben Effekt erzielen. Es wird für Laien, für das ungeschulte Auge, wird es genau gleich aussehen, wie der Auftritt von Anna, aber die Methode dahinter ist völlig anders. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und jetzt erstmal mit meiner Performance. Ich habe jetzt keinen Zuschauer hier, das heißt, ich muss die Forever Alone-Variante vorführen. Schritt 1, Teller ist dran. Zuschauer Nummer 1 darf sich jetzt nämlich entscheiden, zwischen einem von zwei Karten spielen. Entweder das Somnium Nocturne-Deck oder das Regalia-Deck in Schwarz von Shin Lim. Sagen wir mal, Teller wäre jetzt ein großer Shin Lim-Fan und würde gerne das Regalia-Deck selbst in der Hand halten. Der Zuschauer darf aber entscheiden, welches Deck er bekommt und mit welchem ich arbeiten soll. Sagen wir mal, er möchte jetzt das Regalia-Deck, dann gebe ich ihm das in die Hände. Er soll es in seine Jackentasche tun oder die ganze Zeit in seinen Händen halten. Das liegt jetzt hier unberührt. Ich werde es jetzt nicht mehr anfassen bis zum Finale des Tricks. Zuschauer Nummer 2 ist dran. Das wäre jetzt in dem Fall Allison. Ich habe keinen Zuschauer hier, aber ich habe hier den Zufallsgenerator von Google geöffnet und auf eine Zahl zwischen 1 und 31 eingestellt. Genauso, als würde der Zuschauer an einen Geburtstag einer bekannten Person denken. Sagen wir mal, unser Zuschauer, toll, das wäre jetzt ein großer Unterschied, nennt die Zahl 12. Okay, weil beispielsweise ein Kumpel, an der er denkt, am 12. März Geburtstag hat. Und ich sehe jetzt schon die Kommentare unter dem Video, ich habe am 12. März Geburtstag. Grüße gehen raus an alle 12. März Kinder. Entscheiden wir uns jetzt für die 12. Auch das Handy kommt beiseite. Und jetzt ist noch ein dritter Zuschauer da, nämlich Penn. Und Penn darf aus diesem Kartenspiel hier völlig frei eine Karte auswählen. Dazu darf er einfach, wenn ich hier so durch die Karten durchgehe, bei einer Karte Stopp sagen. Okay, also Penn, du sagst bei irgendeiner Karte Stopp. So, sagen wir mal, das tut er jetzt exakt hier. Dann schiebe ich die Karte vor. Ich will sie nicht sehen, ich schaue weg, okay, ich zeige sie nur euch. Das ist hier die Karte. Merkt euch diese Karte bitte, ich bin wie gesagt weggedreht. Das hört ihr auch an meiner Stimme. Ich verliere die Karte im Kartenspiel. Und jetzt seht ihr es auch wieder im Video an meiner Stimme. Ich habe nicht hingeguckt, ich weiß die Karte nicht. Aber ich werde jetzt versuchen, mit meinen krassen Karte-Streeskills die Karte herauszufinden. Dafür mache ich einfach ein bisschen hiervon, genau so, ein bisschen davon, genau so. Und noch ein kleines bisschen das und noch eine Prise hiervon. Und ein Crawl geht natürlich immer noch klar. Und ein Spin-Dok-Dok genauso. Ups, das sind ganz schön viele Karten, das wird nicht schön. Na, das geht sogar. Ich habe schon bessere gemacht. Und auch eine gute, alte, ganz klassische Flicker-Bullet-Kombo darf nicht fehlen. Und all das hat mir jetzt was gebracht. Richtig. Exakt gar nichts. Das hier war alles reine Ablenkung. Die wahre Magie passiert nämlich nicht mit diesem Kartenspiel hier. Die wahre Magie passiert hier. Ich habe das Deck kein einziges Mal berührt. Und es wäre jetzt zu schön gewesen, wenn ich hier jetzt bis 13, bis 12, bis 12 gegangen wäre. Und dort wäre die Zuschauerkarte gelandet. Aber das habe ich alles manipuliert. Ich habe die Karten hier jetzt in der Hand gehalten. Diese Karten waren die ganze Zeit in den Händen meines Zuschauers. Ich muss sie jetzt selbst anfassen, weil ich keinen Zuschauer da habe. Aber ich mache es wirklich ganz langsam und vorsichtig, dass ihr genau verfolgen könnt, was passiert. Erste Schachtel kommt weg. Und ganz sachte. Ich tausche nichts aus oder sonst was. Zweite Schachtel, die hier ist leer. Ich habe nicht irgendwelche Karten zurückgehalten oder so. Und wir zählen ganz langsam. Keine Second-Dole-Bottom-Deals. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und die zwölfte Karte in diesem Kartenspiel. Und ich habe das Kartenspiel aus den Händen gegeben. Da wusste ich die Zahl noch nicht. Und da wusste ich auch die Karte noch nicht. Ich hätte hier nichts präparieren können. Aber an zwölfter Stelle liegt jetzt die Kreuzdame, für die der Zuschauer sich völlig frei aus dem Kartenspiel entschieden hat. Und wie das funktioniert, das erkläre ich euch nach diesem Intro. Zuallererst müsst ihr eine Grundvoraussetzung wissen. Dieser Trick funktioniert nur, weil beide Kartenspiele komplett präpariert sind. Ihr braucht auf jeden Fall zwei vollständige Kartendecks. Es geht sogar mit Skatkarten, aber dann ist es nicht so schön, wie wenn ihr Pokerkarten benutzt. Ich werde da nämlich wirklich oft nachgefragt, macht die geht der Trick auch mit Skatkarten? Da sind es ja 32 Karten. Ihr braucht ja mindestens 31, weil der Geburtstag, an den der Zuschauer denkt, ja zwischen 1 und 31 sein kann. Logisch. Aber mit Pokerkarten ist es wirklich schöner und ihr seht gleich im Tutorial, warum. Wichtig ist jetzt, wie ihr die Karten präpariert. Und zwar arbeiten wir hier mit etwas, was sich Stack nennt. Das ganze Kartenspiel ist in einer festen Reihenfolge. Und zwar, wenn ihr ein neues Deck aus der Packung rausholt und ihr macht es auf, dann befindet sich das Kartenspiel immer in der New Deck Order. Das heißt, Kreuz, Karo, Herz, Pik, Ass bis König, Ass bis König, König bis Ass, König bis Ass. In der Reihenfolge sind die Karten. Und genau diese Reihenfolge nehmen wir und wandeln sie etwas ab. Ihr könnt natürlich auch ein altes Deck nehmen und es passend sortieren. So wie ich das hier jetzt beispielsweise gemacht habe. Das habe ich jetzt nicht vom Video extra ausgepackt. Ich habe mir überlegt, ey, ich brauche für die Methode, die ich euch jetzt erklären will, ein Stack. Und zwar eins, dass sich jeder Anfänger merken kann. Nichts Verrücktes, einfach ganz, ganz simpel, dass man weiß, an welcher Stelle welche Karte liegt. Und das einfachste Stack, das existiert, ist nun mal die New Deck Order. Und zwar tun wir folgendes. Ich habe die Karten folgendermaßen sortiert. Kreuz, Ass bis 2, 3 und so weiter bis König. Nach Kreuz, Herz, Ass bis König. Zack. Dann Pik, Ass bis König. Und Karo, Ass bis König. So, erstmal so, da habt ihr euch jetzt schon zu viel Arbeit gemacht. Wir bringen gleich wieder etwas durcheinander. Aber erstmal, um es euch zu erklären, zeige ich euch diese Reihenfolge. Okay? Könnte alle gut folgen. So müssen wir uns nicht merken, okay, irgendwann ist Ass bis König und dann König bis Ass. So einfach immer Ass bis König fertig. Alles, was wir auswendig lernen müssen, ist die Reihenfolge Kreuz, Herz, Pik, Karo. Die Reihenfolge der vier Symbole. Eigentlich sogar nur Kreuz, Herz, Pik. Mehr müssen wir uns gar nicht merken. So, jetzt seht ihr es optimal. Und jetzt tun wir folgendes. Wir brauchen ja nur 31 Karten. So ein Pokerkartenspiel hat 52 Karten. Jedes Symbol hat 13 Karten. Ja, Ass bis König. Bis zum Herzkönig, das ist die Hälfte des Decks. Das sind 2 mal 13, also 26 Karten. 27, 28, 29, 30, 31. Die Pik 5 ist die 31. Karte. Das bedeutet, diese ganzen restlichen Karten hier, von der Pik 6 bis zum Karo-König, diese 22 Karten können wir komplett durcheinander bringen. Und das empfehle ich euch auch auf jeden Fall zu tun. Mischt diese Karten schön durch. Warum? Wir machen ja nachher eine kleine Cardistry-Einlage, wenn wir es genauso gestalten möchten, wie Anna das gemacht hat. Und da ist es nun mal schöner, wenn die Karten nicht sortiert aussehen, sondern völlig durcheinander sind. Das hilft uns auf jeden Fall, dass wir den Verdacht des Zuschauers weglenken, dass wir hier in irgendeiner Form ein Stack benutzen könnten. Und genau dasselbe tun wir natürlich auch beim zweiten Kartenspiel. Alles ab der Pik 6 bis zum Karo-König kann schön durchgemischt werden und völlig durcheinander gehen. Wisst ihr Bescheid, Freunde. Perfekt. Und nochmal abheben. So. Alles klar. Wir haben jetzt also hier auch unten unterschiedliche Karten. Das ist wirklich schön. Also wenn wir einfach kurz dem Zuschauer die Unterseite, die unterste Karte flashen, indem wir das Deck beim Gestikulieren so halten, dann haben wir schon unbewusst, der Zuschauer achtet nicht bewusst drauf, aber er wird es definitiv wahrnehmen, es wirkt wirklich wie zwei völlig verschiedene Kartenspiele. Wenn wir so dem Zuschauer sagen, jo, ich hab hier zwei Decks mitgebracht. Niemals würde der Zuschauer in diesem Fall bei diesem Anblick denken, boah, die sind gleich sortiert. Also, toller Convince. Hast du gut gemacht, Matthias. Du bist toll, Jürgen. Dankeschön, Matthias. Sehr gerne. Okay, das war traurig. Also, jetzt haben wir alles vorbereitet. Wir wissen jetzt auswendig die Reihenfolge der Karten. Das Schöne ist, ich weiß jetzt auch, egal welche Zahl zwischen 1 und 31 mein Zuschauer nennt, ich weiß die dazugehörige Karte. Warum? Sagen wir, der Zuschauer sagt eine Zahl zwischen 1 und 13. Perfekt. Ich weiß, es geht mit Kreuz los. Wenn er die 8 sagt, weiß ich Kreuz 8. Wenn er die 11 sagt, weiß ich Kreuz Bube. Wenn der vom Zuschauer genannte Geburtstag größer ist als 13, aber kleiner als 27, dann weiß ich, okay, nach Kreuz kommt Herz. Wenn er jetzt also 15 sagt, weiß ich, von 1 bis 13 ist Kreuz und dann kommen noch 2 bis zu 15. Ja, ich rechne 15 minus 13. Die Differenz ist 2 und ich weiß, okay, Herz 2. Ist logisch, oder? Die ersten 13 Karten sind die Kreuzkarten und ich weiß dann, die 14. ist wieder das Herz Ass, die 15. die Herz 2, die 16. die Herz 3 und so weiter. Und von 27 bis 31 weiß ich, das sind die Peak-Karten. 27 ist Peak Ass, 28 ist Peak 2 und so weiter. Ich muss nur ganz, ganz, ganz kurz eine klitzekleine Rechenaufgabe in meinem Kopf machen. Und dafür habe ich alle Zeit der Welt. Keine Sorge, wenn ihr jetzt vielleicht Probleme mit Kopfrechnen habt, gar keine Angst, ihr habt alle Zeit der Welt, um die Karte auszurechnen. Glaubt mir. Ich habe eine sehr, sehr lange Zeit ebenfalls mit einem Stack gearbeitet, wo ich viel rechnen musste. Jetzt bin ich auch was anderes umgestiegen, die Profis, aber ich wissen, was ich meine. Aber auch in der Zeit, in der ich einfach nur gerechnet habe, ich habe alle Zeit der Welt gehabt. Kommen wir jetzt also zur Durchführung des Effektes. Das Erste, was ich wirklich tun würde, ist, die Karten in die Schachteln zu tun. Das ist ganz wichtig, damit der Zuschauer sie halt wirklich in seine Tasche tun kann und nicht einzelne lose Karten in der Tasche hat, die da zur Not sogar noch durcheinander oder verloren gehen können. Ihr legt dem Zuschauer beide Decks in der Schachtel hin und gebt ihm die Auswahl, hey, welches willst du haben und welches ist für mich. Ich formuliere es wirklich wortwörtlich so, nicht wählt immer als aus. Einfach nur, um den Verdacht wegzulenken, dass ich hier irgendwas manipuliere. Stichwort Magician's Choice. Jetzt sagen wir, wie es gerade in meiner Performance war, der Zuschauer will diese Karten, die Regalia-Karten, in seine Jackentasche tun. Dann gebt ihm das und sagt, alles klar, tu das in deine Jackentasche. Oder halt das Deck so zwischen deinen Händen, das kann auch ganz schön sein, wenn es immer festgehalten hat. Den ganzen Effekt über ist es auch toll. Und ihr könnt halt wirklich, wie Anna das gemacht hat, bis zu drei Zuschauer völlig problemlos integrieren in den Effekt. Ihr könnt natürlich auch immer noch einen draufsetzen, aber wirklich optimal geht das mit drei Zuschauern. Also im Prinzip mit drei Menschen leben, mit drei Leben. Drei Leben. Euer Deck liegt in der Schachtel vor euch. Was ihr jetzt machen könnt, um noch ein bisschen mehr zu überzeugen, ist, erstens, ihr könntet kurz das Deck so durchflaschen, die ersten vier, fünf Karten und zeigen, dass sie durcheinander sind. Wenn ihr das machen möchtet, wirklich nur ganz kurz, weil dem Zuschauer sonst auffällt, dass es nur Peak- und Karo-Karten sind. Punkt zwei, was könnt ihr machen, um davon wegzulenken, dass alle Karten sortiert sind? Ihr könnt einen False Shuffle oder einen False Cut anwenden. Ihr könntet beispielsweise den Zero Shuffle machen. Der geht absolut klar und ist völlig überzeugend für einen Lion. Da bleibt jede Karte exakt in der richtigen Reihenfolge. Ihr könnt auch ein paar False Cuts machen. Und dann auch noch sowas hier. Bam. Oder so ein False Cut hier. Ja, der gute alte Sybil Cut. Das geht auch immer klar. Zu False Cuts habe ich euch da oben ein altes Tutorial verlinkt. Ja, ein altes Tutorial. Ich war unerfahren. Ich war jung. Ich war dumm. Aber das, was ich erkläre, ist trotzdem richtig so. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir euch auch den Zero Shuffle erklärt, beziehungsweise in Zusammenarbeit mit Haido. Das Tutorial findet ihr ebenfalls und zwar in der Infokarte da oben. Ich kann aber nochmal ein eigenes, ausführliches Video dazu machen, wenn ihr das möchtet. Auf jeden Fall können wir so den Eindruck erwecken, die Reihenfolge des Decks ist völlig egal. Jetzt liegen die Karten so auf dem Tisch und ihr sagt zur Zuschauer Nummer 1, in Annas Fall war es Alison Hannigan. Denk bitte an irgendeine Person, die dir wichtig ist und weißt du den Geburtstag von dieser Person, dann nenn mir bitte den Tag. Nicht Monat oder ja, einfach den Tag, an dem die Person geboren ist. Was erziehen wir dadurch? Der Zuschauer nennt also eine Zahl zwischen 1 und 31. Der Zufallsgenerator hatte jetzt beispielsweise ausgespuckt die Zahl 25. Bei 25 weiß ich, okay, die ersten 13 sind Kreuz, die nächsten 13 sind Herz. 26 ist der Herzkönig, also ist 25 die Herzdame. Das ist jetzt ein ganz schöner Fall, wenn er 25 sagt, weil die Herzdame eine tolle Karte ist, um auch noch andere Sachen damit zu machen. In den nächsten Monaten werdet ihr ganz tolle Tutorials von mir kriegen, was ihr alles mit der Herzdame machen könnt. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das dauert noch ein paar Monate. Aber ich weiß jetzt die Karte des Zuschauers. Ich weiß jetzt schon, in diesem zweiten Deck, dass der Zuschauer in seinen Händen oder das Teller in der Jackentasche hatte, ich weiß jetzt, dass an 25. Stelle die Herzdame liegt. Und das ist Gold wert. Ich bin meinem Zuschauer jetzt nämlich einen Schritt voraus. Ich weiß schon die Karte. Und alles, was ich jetzt noch machen muss, ist, die Herzdame meinem Zuschauer aufzuzwingen aus diesem Deck hier. Das ich ja gerade vor den Augen meiner Zuschauer noch durchgemischt habe, ja. Natürlich wieder nur ein Falls, die Karten sind noch in der Reihenfolge. Um jetzt die Herzdame zu forcieren, also meinem Zuschauer aufzuzwingen, muss ich erstmal meinen Falls vorbereiten. Und das ist jetzt der schwierigste Punkt an diesem Trick. Das ist der Moment, für den ihr wirklich üben müsst, Erfahrungen sammeln müsst. Und wirklich erstmal euren Familien, euren Freunden ganz fleißig das Ganze vorführen müsst. Und mit jedem Mal, dass ihr es dann fremden Menschen vorführt, immer mehr Erfahrungen sammelt. Ihr müsst euch einen Break holen unter der Herzdame. Was wir jetzt nämlich nicht machen können ist, wir können nicht durch das Deck durchgehen und so unseren Break vorbereiten. Völlig logisch. Erstens, der Zuschauer würde sehen, dass die Karten sortiert sind. Und zweitens kann ich aus dieser Seite heraus nicht gut in einen Break übergehen. Ich könnte das Deck zu mir drehen, dass nur ich es sehen kann. Also im Prinzip, wenn ich jetzt hier am Tisch sitzen würde, könnte ich so machen. Dann könnte ich bis zur Herzdame gehen, an der Stelle das Deck aufteilen und sagen, Okay, du lieber Penn in dem Fall beispielsweise. Und dann habe ich an genau der Stelle abgehoben. Die zu forcierende Karte liegt jetzt oben und ich könnte jetzt beispielsweise ein Slip Force machen. Und dann sagen, du lieber Penn, sag mal irgendwo Stop. Ich persönlich bin aber der Ansicht, das zerstört den Effekt. Warum? Was hat diesen Effekt so stark bei Anna gemacht? Das Krasse war, dass es wirklich einfach so aussah. Normales Deck, mit dem sie ein bisschen geflourished hat. Normales Kartenspiel. Penn sagt irgendwo Stop, merkt sich eine Karte. Kein Force oder sonst was. Das heißt, ich empfehle euch, bereitet euren Force unsichtbar vor und nicht sichtbar. Wie machen wir das jetzt? Jetzt kommt ein Punkt, über den ich eigentlich so nicht öffentlich reden wollte hier auf YouTube. Aber ich glaube, in diesem Kontext ist es okay. Liebe Profi-Magier, wir können gerne diskutieren darüber in den Kommentaren. Wir schätzen jetzt nämlich. Ich weiß, der Zuschauer hat 25 gesagt und ich weiß, an 25. Stelle liegt die Herzdame. Was ich jetzt also machen muss, ist, riffle einfach hier die Ecken entlang. Das kann ich auch immer wieder zwischendurch machen, während ich den Trick schon vorbereitet habe, mit meinen Zuschauern gesprochen habe. Bisschen dribbeln, bisschen riffeln, einfach um den Zuschauer dran zu gewöhnen, dass das hier normal für mich ist, dass ich hier einfach lang riffle. Und was jetzt passiert, ist folgendes. Ihr seht, die innere linke Ecke ist die Ecke, bei der die Indizes versteckt sind von den Karten. Das heißt, dort seht ihr, welche Karte sich wo befindet. Wenn ich mit meinem rechten Daumen also die linke Ecke entlang riffle, sehe ich ja hier, welche Karte sich dahinter befindet. Und da ich weiß, dass der Zuschauer 25 gesagt hat und ich weiß, dass 25 eins weniger ist als exakt die Hälfte des Decks, kann ich perfekt genau bis zur Mitte gehen und weiß, dass ich da sehr nah an der Herzdame dran bin. Ich muss also nicht eine Karte nach der anderen durchgehen und suchen, suchen, wo ist die Herzdame, wo ist die Herzdame, was wiederum genauso verräterisch wäre, wie das hier zu machen, wirklich eins zu eins, das Checken-Zuschauer, wenn ihr hier genau nachguckt, okay, wo ist die Karte. Das muss ich nicht mehr machen. Ich kann jetzt wirklich einfach bis zur Mitte gehen und gucken, okay, da ist jetzt der Herzkönig. Ich war eins dran vorbei und jetzt muss ich nicht mal mehr auf die Karten gucken. Ich kann meinen Zuschauern in die Augen gucken, während ich hier einfach noch eine Karte weiter riffle. Das ist natürlich jetzt nicht so geöffnet, sondern hier in dieser Position. Ich habe beim König aufgemacht, lege meinen kleinen Finger darunter. Ich mache es jetzt hier ganz groß, dass ihr seht. In Wahrheit wird es wirklich einfach so ablaufen, ganz, ganz, ganz klein. Das sieht man von vorne nicht. Mein kleiner Finger ist unter dem König. Ich muss einfach mit meinem Daumen hier in diesen Break greifen und eine Karte weiter riffeln, meinen kleinen Finger drauflegen. Und ich weiß jetzt, mein kleiner Finger ist auf der Herzdame. Und das weiß ich blind, ohne mir die Karten angeguckt zu haben. Wichtig ist, für den Forst, den ich euch gleich zeigen möchte, muss euer kleiner Finger unter der Zuschauerkarte sein, nicht darüber. Das heißt, wenn ich hier jetzt öffne und ich sehe perfekt die Herzdame, dann kommt da mein kleiner Finger hin, fertig. Ich ändere nichts mehr, weil ich gleich so dem Zuschauer die Karte zeigen werde und nicht so. Ja, ich greife gleich ab dem Break und werde dem Zuschauer so die Karte zeigen. Ihr müsst also ein bisschen umdenken im Vergleich zu den meisten anderen Forstes. Wenn ich hier jetzt also öffne und ich sehe den Herzkönig, weiß ich, ich muss noch eine weitergehen und kann entweder mit meinem kleinen Finger hier an der Seite eine Karte runterziehen und weiß, ich bin dann der Herzdame. Oder, Herzkönig, ich greife mit meinem Daumen hier und gehe einfach so eins weiter. Egal, was ich tue, ich schaue auf keinen Fall dabei auf die Karten. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft nicht auf die Karten gucken. Nur eine kleine Millisekunde blinzelt ihr kurz zu den Karten runter. Ja, also am besten, ihr dribbelt und riffelt eh so ein bisschen, während ihr mit den Zuschauern redet, wie gesagt. Und dann guckt ihr ganz kurz runter, um zu schauen, zu welcher Karte ich jetzt den Break geholt habe. Ja, ich gucke ganz kurz runter und schaue kurz an die Ecke hier. Okay, Peak 2 und weiß jetzt in meinem Kopf, ohne dass ich auf die Karten gucke, ich weiß jetzt blind, das ist das Pikass, Herzkönig, Herzdame. Da ist die Herzdame. Ich bringe darunter meinen kleinen Finger und habe nicht auf die Karten geguckt. Das ist wirklich Gold wert, liebe Freunde. Mein Zuschauer weiß jetzt nämlich nicht, dass ich weiß, was ich weiß. Mein Zuschauer weiß nicht, dass ich hier gerade schon was vorbereitet habe. Er weiß ja gar nicht, dass er gleich überhaupt Stopp sagen soll bei einer Karte. Er weiß nur, okay, es wurde gerade eine Zahl genannt. Was bringt mir denn jetzt die Zahl mit den Karten? Der Zuschauer sieht ja keine Verbindung. Die Verbindung schaffen wir erst hier nach. Wir lassen am besten sogar noch einen kleinen Moment Zeit vergehen und können dann mit dem Force weitermachen. Ich will die Kamera einmal nochmal nach links, dass ihr das genau seht. Ich halte das Deck in meiner linken Hand und ich gehe einfach hier hin und bin jetzt schon an der Pikdame angekommen. Ja, da ist jetzt mein Finger drunter. Und jetzt kann ich die Karte forcieren. Ich drehe die Kamera wieder nach rechts, dass ihr genau seht, was ich mache. Hier ist mein kleiner Finger. Ich zeige jetzt Ihnen einen viel zu großen Break. Ihr erhaltet einen Pinky Break bitte immer möglichst so, dass nur der kleine Finger den Spalt hält. Und sonst sieht man fast 360 Grad nichts. Ich habe auch Zuschauer rechts von mir und mache einen Pinky Break. Gar kein Problem. Aus diesem Break heraus, ich mache ein bisschen größer für die Kamera, forciere ich jetzt eine Karte. Und diesen Force habe ich euch schon einmal erklärt, den ich jetzt in meine Performance angewandt habe. Der ist halt bombensicher und für Anfänger geeignet. Deshalb habe ich ihn gerade in der Performance gemacht. Würde ich jetzt exakt so, exakt diesen Trick vorführen, würde ich wahrscheinlich jetzt einfach einen Classic Force machen und den Zuschauer irgendeine Karte ziehen lassen. Und er zieht natürlich die Herzdame. Aber für die Anfänger von euch, die den Classic Force nicht können, da ist mein Break. Ich spreade die Karten auf und sage, okay, tipp mal irgendeine Karte an. Und ich mache das relativ langsam, um auch ja, oberhalb des Breaks zu bleiben. Glaubt mir, wenn ihr hier lang geht und sagt, okay, tipp mal irgendeine Karte an. Oder ihr sagt, sag irgendwo Stopp. Das dauert den Zuschauern zu lang. Es ist zu langsam. Irgendwann sagen sie Stopp. Sie legen den Finger drauf. In 99% der Fälle tun das die Zuschauer. Es gibt natürlich immer diese asozialen Leute, die dann einfach warten. Habt ihr mal im letzten Video gesehen, elf weitere Dinge, die jeder Zauberer kennt und hasst, verlinke ich euch da oben in der Infokarte. Definitiv empfehlenswert das Video. Sag mal, bei irgendeinem Stapel Stopp. Mach sein Wurst vor! Klar habt ihr solche Leute. Und wenn ihr die habt, das ist jetzt eher was für die Fortgeschrittenerinnen von euch, aber auch ihr Anfänger, ihr könnt das lernen. Jeder Anfänger kann ja zu einem Fortgeschrittenen werden. Wenn ihr bis zum Break gegangen seid, hier liegt jetzt die Herzdame und der Zuschauer hat immer noch nicht Stopp gesagt, könnt ihr jetzt die Karte kallen mittels Spreadkall. Hier habe ich jetzt die Herzdame. Und der Zuschauer kann irgendeine andere antippen, zum Beispiel die hier. Und ich schiebe alles dahin und zeige ihm die Herzdame. Das kann ich auch machen. Kein Problem. Natürlich muss ich dann einen kleinen Pause-Moment einbauen bis zur Herzdame und sagen, du weißt schon, und ich zeige euch das jetzt in der Kamera, du weißt schon, dass du bei irgendeiner Karte Stopp sagen sollst, oder? Tipp mal eine an hier. So, also kleiner Pause-Moment, damit, okay, jetzt ist die Kamera aus wegen Akku, egal, ich mache mit der Kamera weiter. Kleiner Pause-Moment, in dem ihr in Ruhe euren Spreadkall durchführen könnt. In den allermeisten Fällen wird aber das hier passieren, die Herzdame liegt hier, mein kleiner Finger ist darauf, der Rest des Decks liegt oben drauf und ich habe meinen Break. Egal, egal, wo der Zuschauer jetzt Stopp sagt oder seinen Finger drauf legt, solange es oberhalb des Breaks passiert, schiebe ich die Karte halb raus, genau so. Also, das wäre jetzt in dem Fall hier der Kreuzkönig, spielt aber keine Rolle, egal, welche Karte der Zuschauer auswählt. Ich schiebe das Ganze vorne in das Deck hinein, greife aber ab dem Break, okay, ich habe ja meinen Finger hier unter der Herzdame. Der Kreuzkönig kommt in das Deck und ich greife ab dem Break und das passiert in einer Bewegung, okay, der Zuschauer tippt eine Karte an, ich sage, alles klar, merkt ihr bitte die Karte und vergiss sie nicht, ja. Und in einer Bewegung greife ich und zeige ihm die Herzdame. Der Zuschauer merkt sich die Karte, sie kommt ins Kartenspiel zurück und der ganze Effekt ist gelaufen. Ab jetzt ist einzig und allein eure Präsentation gefragt. Ich habe euch jetzt das Grundgerüst, ich habe euch das Fundament gebracht, aber das sage ich euch ja immer wieder, wenn ihr durch eine Nachbarschaft geht und ihr seht ein schönes Haus, dann denkt ihr nicht, alter, ist das ein schönes Fundament? Das Fundament ist euch egal, euch geht es darum, Digga, wie schön ist dieses Haus? Ihr müsst also auf diesem Fundament, das ich euch jetzt in diesem Video gegeben habe, ein wunderschönes Haus bauen. Eure Präsentation, das was jetzt passiert, ist das, woran sich der Zuschauer erinnert. Der Zuschauer erinnert sich nicht daran, ob ihr irgendwie einen Finger darunter gehalten habt oder einen Vollschaffel gemacht habt. Der Zuschauer erinnert sich an die Show, die ihr ihm liefert und an der müsst ihr arbeiten, sich Skripten, einen vernünftigen Text auswendig lernen, wann macht ihr welchen Joke, wann lacht ihr oder seid ihr eher der improvisierte Typ, wie dem auch sei. Ihr müsst jetzt Showmanship allererster Klasse hinlegen. Ich weiß jetzt also, der Zuschauer hat die Herzdame gewählt, ich weiß, er hat die 25 gewählt und ich weiß, in dem Deck, in den Händen des dritten Zuschauers, ist an 25. Stelle die Herzdame. Was hat Anna jetzt gemacht? Anna hat gesagt, okay, ihr habt gesehen, deine Karte ist in der Mitte vom Deck verschwunden und sie hat angefangen mit einer krassen Karte-Stream-Lage. Hat gezeigt, was sie drauf hat. Daran erinnern sich die Leute. Die Leute erinnern sich dran, alter, da kam diese Frau zu Fullers und die hat so kranke Sachen gemacht. Die Leute erinnern sich am Ende nicht mehr daran, wie fand die Kartenauswahl statt. Und nachdem ich jetzt meine Show gemacht habe und das muss jeder von euch selbst machen, da kann ich euch nichts vorgeben, weil jeder seine Show an seinen Charakter und an seinen Bühnencharakter anpassen muss. Egal wie ihr es jetzt präsentiert, ihr dreht euch zum dritten Zuschauer und sagt, okay, ich habe die Karte nicht gefunden, die ganze Kartenspiel, die ich gerade gemacht habe, das war alles Miss Direction, ich habe nur abgelenkt. Aber du hast von Anfang an ein Kartenspiel in deine Hände genommen. Da habe ich nichts angefasst, hier habe ich alles berührt. Das Kartenspiel habe ich nicht angefasst. Und ich will auch jetzt nicht anfassen. Und in dem Fall war es Teller, der die Karten aus der Schachtel geholt hat und in Schillimps Fall aus der zweiten Schachtel. Und wenn jetzt der Zuschauer die unterste Karte flasht, kein Problem, es ist kein König, es sieht nichts vorbereitet aus, es ist hier eine 8, das ist ja mal die willkürlichste Karte ever. Wichtig ist jetzt nur noch eine letzte Sache, der Zuschauer darf nicht mit Gesicht nach oben die Karten auf den Tisch legen, denn sonst sieht er das Set ab. Am besten macht ihr es dem Zuschauer vor, mit dem Deck, das ihr in der Hand haltet, das ist immer ein toller Weg. Ihr sagt am besten zu eurem Zuschauer, nimm mal die Karten aus der Schachtel, ich will sie nicht anfassen. Zähl mal so, 1, 2, 3, die Karten durch. Und wir alle zählen laut mit. Ihr habt es hier vorgemacht, niemals wird euer Zuschauer jetzt auf die Idee kommen, irgendwas anderes zu machen. Ihr habt es ihm vorgemacht. Der Zuschauer zählt die Karten auf den Tisch bis zur 25 und dort wird die Herzdame liegen. Und was ihr jetzt noch machen könnt ist, wenn die 25 Karten auf dem Tisch liegen. Ja, ich gehe jetzt mal bis zur 25. Hier ist die 25. Karte, die Herzdame. Ihr könnt dem Zuschauer sagen, er soll die 25. Karte beiseite legen und ihr könntet jetzt die Karten hier durchmischen und eure Spuren verwischen. Ich könnte jetzt also sagen, du Alice, ne hättest irgendeinen Geburtstag nehmen können. Haben wir das abgesprochen vorher? Nein. Das heißt, irgendeine dieser ganzen Karten und dann mischt ihr die wie wild durch. Hätte deine gewesen sein können. Aber du hast dich für die 25 entschieden und du, Penn, hast dich für welche Karte entschieden? Und Penn sagt, die Herzdame. Und ihr sagt, 25 Herzdame, ich habe die Karten nie angefasst und euer Zuschauer dreht um, an 25. Stelle liegt die Herzdame. Das könnt ihr machen, wenn ihr eure Spuren verwischen möchtet. In dem Deck habt ihr eure Spuren ja schon längst verwischt mit eurer Cardistry-Einlage. Ihr geht im Prinzip sauber raus aus dem Effekt. All eure Zuschauer sind verblüfft. Und jetzt schaut mal, mit was für einer simplen Methode wir tolle Magie bauen konnten. Ist das nicht krass? Wir mussten nichts Verrücktes lernen. Wir haben eine ganz simple Methode genommen und daraus einen Effekt gebaut, mit dem jemand bei Penn und Teller Foolers im Fernsehen aufgetreten ist. Ist das stark oder ist das stark? Zum Abschluss des Videos, was ist der Nachteil an dieser Methode? Ihr könnt keinen Force anwenden, bei dem der Zuschauer die Karten sieht. Denn die Karten sind ja in der Reihenfolge sortiert. Ich kann also nicht, so wie Anna, so durch das Deck riffeln und mein Zuschauer sagt irgendwo Stopp. Denn dann würde er sehen, da sind sortierte Karten im Spiel. Auch bin ich etwas eingeschränkt darin, wie ich die Karten in meiner Cardistry-Einlage flashen kann, wie ich generell die Karten dem Zuschauer zeigen kann und wie ich sie hantieren muss. Ich muss die Karten nämlich die ganze Zeit face down hantieren. Und das ist definitiv ein Schwachpunkt, den Anna mit ihrer Methode sehr viel besser hingekriegt hat. Denn bei ihr durften alle Karten gezeigt werden, was absolut dazu beigetragen hat, dass der Effekt so verblüffend war. Und ich verspreche euch, auch wenn euch das nicht bewusst aufgefallen ist, alle die live dabei waren, als ich reagiert habe darauf, ihr werdet nicht im Chat so ausgerastet und hättet gesagt, was, wie hat sie das gemacht, ich bin so gefühlt, das war ja viel zu krass, wenn sie die Karten die ganze Zeit nur face down gehandelt hätte. Also ihr seht, alle Wege führen nach Rom. Für denselben Effekt kann man hundert verschiedene Methoden entwickeln, aber nicht jede Methode ist so eindrucksvoll und so stark wie die andere. Nichtsdestotrotz, glaubt mir, mit dieser Methode, die ich euch heute erklärt habe, könnt ihr tolle Reaktionen bei Laien hervorrufen. Nur bei Zauberern wird es dann halt schwer. Allein schon bei einem Zauberer einen Vorleschaffee direkt erkennt. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war mein Tutorial zu diesem wirklich starken Effekt. Ich liebe Any Card at Any Number Effekte und hier auf der Endcard verlinke ich euch mein Video zu meinen Top 5 Any Card at Any Number Tricks. Wenn ihr jetzt noch andere Methoden dieses Effekts lernen möchtet und ich verlinke euch meinen letzten Kartentrick mit Erklärung. In der Mitte könnt ihr außerdem abonnieren. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr zum neuen Vlog. Bis dann, euer Matti und ciao.